Bei uns geredet haben, bei Allah. Ja, und deswegen redest du eben. Guck mal, dann soll deine Mutter. Bruder, ich hab auch nicht über euch Jesiden geredet. Ich weiß, Allah, ich weiß. Ich hab eine Story gehört, Jesiden und... Ich hab leider jetzt keine Beweise, dass du Jesiden beleidigt hast, aber es reicht, dass ihr seinen Halt auf Koran gelegt habt. Ja, kann ich aufmachen, Allah. Aber egal, Leute, wir entschuldigen uns auf jeden Fall wegen dieser Jinn-Sache. Ich hab diese Sache mit Buhm aufgeklärt. Ach, ach, ach. Und sag noch einmal, wenn du gegen Jesiden irgendwas sagst. Allah, wenn ich... Leute, wenn ihr was in der Hand gegen mich habt, wo ich Jesiden beleidige, schickt das entweder ihn oder ihn hinter der Kamera. Bruder, man weiß schon, direkt kommt alles hinter der Kamera, an der Stimme. Man hört nichts, Jivan, Bruder. Man hört, man hört. Man hört, man sieht euch sonst nicht. Wenn ich wieder Jesiden beleidige oder sonst was, habt ihr das Recht, alle zu mir zu kommen. Aber bis jetzt hab ich kein Jesiden beleidigt. Für mich ist die Sache gewärtsamer. Alles gut. Wenn ich mich entschuldigt habe. Immer. Viele sind drinne. Viele sind drinne.